Christoph König 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 Pete Christoph König an Wie viele haben wir? Bis aufs letzte Mal. Bis aufs letzte Mal. Ist so geil. Ja, schon. In den letzten Jahren. Der betrifft meinen Platz. Der eigener. Der Ebel und der... Die selbe Ausschreibung. Jetzt gehen jetzt die selben Aufgaben und die selben Rüchte. Alles ist so. Das ist mir auch egal. Weil nachdem ich mich nicht fangen kann, dass mir das gleich gut passt. Der hat gesagt, er hat 30 Paar gebraucht. Der hat 35 Paar. Der hat besser gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Richterin bei Fall 166,5 Punkte und Richterin bei B 162. Das ergibt in der Summe 829 Punkte und daraus errechnen sich 49,58 Strafpunkte für dieses Gespann.